Servus und herzlich willkommen zum neuer Let's Play von mir, neuer Adventure Map Ja das ist die Crazy Map oder so glaube ich was, scheiße, jetzt weiß ich gar nicht mehr Ja ich schreib's in die Beschreibung rein, das glaube ich gelang Ja und wie ihr seht, hab hier ein neuer Skin, das ist ein Crysis Skin Das soll Nanosuit darstellen Ja und ich würd sagen, wir starten einfach einmal Das ist jetzt erstmal die Regelung vor Erstens, don't destroy Blocks, if you do it's not said, ja nix kaputt machen Don't do it's cheats, ja, mal schauen Didn't play on hard, normal or easy Mal schauen, was hab ich eingestellt Easy, ja das muss gelangen So, not, five, not really, follow the rules Six, if you read this, you, huh, if you read this you're an idiot, na toll Seven, complete game to be MLG Okay, dann Acht, find hundred gold bars to be God 100 Stück, na ja, mal schauen Okay, ein paar Items, sind Items, Chest of Kings Ich bin der King Golden Apfel, das wird jetzt erst einmal mitgenommen Ich weiß, wie was wir was noches brauchen So, einfach wie wir ins Inventarne legen, ist er frischt Blöd, dass wir dann mit denen so aufeinander... oh, dachte das geht? Scheiße Scheiße Ja Gut, dann stapeln wir mal das Ganze Dann geht es bissel schneller Aber wir wollen ja nicht die ganze Zeit bloß in der Kiste da verbringen Gut, ich glaube ich werde das mal da nach hinten legen Okay, gut Da steht da nur was... Ja, created by PM Und pull as 100 Das ist the most hardest map ever made So don't complain if you can complete it Not Okay, cooler Joke Ist also anscheinend nicht die hätteste map die sie je gemacht haben Die Story Äh, you just started a new map to become an MLG Okay Erstes Level, Noob Level Okay, pull lever Das ist Noob Level, mal schauen ob wir schaffen Pfeil, noch ein Pfeil In dem Pfeil Okay, jetzt machen wir noch ein paar Ecken rum So nochmal Exit Just finished Noob Level Okay, das war wirklich extrem schwer Ich leite es bloß noch, ob der noch irgendwo... Nö Das ist mir jetzt wurscht Mir geht eben Goldwold derzeit noch, schauen wir aber Mir jetzt egal Jetzt ist das Level Half Noob Fein Keyed Open Door Schön Möglichst sehr schön Hier wieder Kiste dürfen Treasure Blade War das schon der Key? Schaut was da ist Genau Das war jetzt nicht so wirklich der jetzt Ich werde jetzt nicht aus, dass so ein Wege im Gold ist nicht so aufwendig So Start hier Jumping Level Gut Mal schauen wie es hier hat Jetzt Jetzt wird man eigentlich nur ganz kurz Wo muss ich hin? Da drüber vielleicht Oh, da hat sogar noch nie gehört Ja Die Decke wieder so klar Dass man nicht springen kann Aber Schaut bis jetzt Bis jetzt Ja Bis Vor kurzem Alles sehr gut zu funktionen Ähm Aber ne man kann nicht äußern So Start mal einfach von vorne So Start mal einfach von vorne Da sind wir vorher gescheitert Ha Total einfach eigentlich Äh das ist ja hebel gut Jetzt habe ich schon gemeint ich hätte irgendwas finden müssen Ich weiß dass ich super bin Oh Okay Das erste Bett Only sleep at night Was ich wieder Nacht mache Ähm Time Night Was Jo Schlafen wir runden Ach komm Video Okay Jetzt haben wir einen Check und was steht da This is nice level completed And you will See a wonderful thing Level 4 lava Okay Mal schauen was das ist Wonderful thing Ist wahrscheinlich Total irgendwas Bedeutungsloses Okay Und ich bin anscheinend unverwundbar Ähm Eigenerartig Vielleicht mein Hanusut Ich weiß es nicht Auf jeden Fall hat mir die Lava gerade Gar kein Leben gehabt so Wahrscheinlich ist gar nicht Lava Keine Ahnung Ich weiß es aber nicht was sonst sein sollt Weil ich hab soweit ich weiß das Dann Der Jetzt Nö Hä Was ist denn da los Ich krieg Zwar Hunger Aber Ich fülle ja keine Leben mehr nicht Lava voll Das Ist Eigenartig Das ist Sehr eigenartig Da runter schauen Ah ja Kiste Gold Und ein Pumpkin Hebel aufmachen Und weiter gehts Und dann Try it with ladders Was ich wieder nacht machen Ganz schnell passiert Oh Gibt das Doch nicht ganz so schnell Ha Nice Aber warum ich da keinen Schaden gekriegt hab weiß ich immer noch nicht Ja Ja Ok gut das haben wir Ja Einfach alles aufklappen Scheint also Ach fix So Sehr gut Na ja Kenn ich schon Gar nicht so schwer Wo ich springe auf der Kante stehen bleiben Und dann rüberspringen Und dann rüberspringen Ah Da ist zwei gesprungen Aber naja Das ist nicht so schwer gewesen Sag ich jetzt mal Kann ich gleich einer springen Ok das mal hat es hingehaut Da rüber Das hat auch hingehaut Das sollte auch kein Problem sein Genau Ok jetzt dann da rüber Passt auch Kein Thema Passt auch Da rauf Ok Das runterklappen Und dann rauf springen Da glaub ich muss jetzt springen Und das dann ausklappen Jo Auch nicht grad Die schwerste Ok Dann muss ich noch zurück Da rauf Darauf Darauf gehts gar nicht glaub ich oder Oder Weil muss ich da vorbeispringen Das glaub ich nämlich eher Da kommt mir da einer Ich weiss nicht Ich riskier's einfach mal Ok geht nicht Jo Hätte funktionen können Müssen wir wieder schnell Darauf Dann rauf Wird die Lotter da schnell Das wird jetzt eigentlich alles Ratzfatz gehen Ich kann's schon mal nicht machen So Nein Jetzt hab ich auch vergessen Das Wieder Ätzung glaubten Mist Ich hab jetzt gar nicht aufpasst So So Ach Wirklich So Ok Das weiß ich gar nichts Erst einmal Da rüberspringen Geht ein Und frei Gut 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 Das da So Jetzt glaub ich's aber erst mal Und Ausklappen wir wieder Da rüber Da rauf Und Jetzt Muss ich da rüber Können wir genau da durchspringen Da ist jetzt aber erst was davor Zu unserem Abbruch Gut Gut Das glaub ich dann erst einmal Oder Halt mich schon Jo Ok Menno Jetzt bin ich nicht gesprungen Dann halt eben wieder von Anfang So Da wieder rauf Ja Dann wieder Ok Ok Du war halt jetzt beinah zwei gesprungen Dann muss ich wieder da rauf Da noch rauf Über die Lattern Da wieder schnell rüberspringen Gar kein Thema nicht Ich glaub jetzt gleich sonst vergiss ich bloß wieder Gut Aha Achso jetzt muss ich schauen wie ich das machen müssen Oh ist da dort noch eine Latter Sieg es nicht Ich hab grad fast ausgeschaut Ist ja wieder schadend Wenn ich wieder runtergesprungen bin Versteh gar nichts zu Wasser Kann ich parken nissen Nö Parken kann ich nicht Aber den kann ich vielleicht aufhocken Ja Genau So wirds richtig Dass man gar nichts mehr sieht Na das brauch ich nicht So Mal wieder ausklappen Schnelles Essen Ok 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 Donner Springer Donner 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 Ok Das hat auch hier gehaut Das war auch kein Problem So Ok Ok Dann Donner Manüber Scheiße Ich bin doch so blöd Unglaublich Ich stehe mir das schon zum zweiten Mal Ich glaub ich glaub's jetzt nicht das nächste Mal gleich Ey Wenn ich wieder Daraufgesprungen bin Weil Ansonsten wenn ich wieder runterfalle Mal ist es wieder falsch Unglaublich Ich glaub's jetzt gleich Das ist jetzt denk ich grad im Moment drauf Der Foto wohl nicht wahr sein Ich glaub nicht passt So Jetzt will ich schon Nein da ist gar nichts dran Ah Es wär so einfach Nicht blöd Too easy Ok Gut Dann pass Ja passt auch Nice Nice Das könnte jetzt eventuell Bissl schwerer werden X Da muss ich nämlich da ums Eck rum springen Ist nicht ganz so einfach So Warte einfach schnell wieder zur Ausgang Ne Oder langsam zur Ausgangssituation Zurück Ok Shit Komm Gib Gas Maximum Speed Maximum Speed So Scheißzeug Sprinten vergessen So Da wieder rauf Da rauf Da rauf Da rauf Da rauf Passt das Mal Gültig Da rauf Habe ich auch grad noch geschafft Habe ich auch grad noch geschafft Habe ich auch grad noch geschafft Habe ich auch grad noch hängen blieben am Stau Da die Leute rauf Da rauf Da rüber springen Dass es nicht zuhört Ja passt Okay Da wieder runterklappen Gleich wieder hochklappen Dann rauf Dann rauf Dann rauf Dann rauf Dann rauf Scheint oder nicht Dann rauf Dann rauf Wenn ich runterflex Shit Okay Das da a Ich muss mir jetzt echt überlegen wie ich das da macht da oben ins Eck rum zum G, ja genau, ausklappen, da wieder einklappen, da rauf, da rüber laufen, da einfach, oh scheiße, was habe ich jetzt gemacht, Mist, gibt es gar nicht, das darf echt nicht, was geht es schon wieder los, da rauf, da rauf, da rüber, da rüber, da rauf, da rüber, da rauf, geh wieder, dann schnell rüber springen, das klappt gut, da rauf springen, da rauf springen, da rauf kloppen, rauf, zurück kloppen, da rauf, da rauf, da rüber, da rüber, da rüber, dann rauf, ok, das klappt jetzt mal noch mal ein, springen rauf, ähm, probier das jetzt einfach mal so noch mal, damit ich einfach voll erst dann dran, ach, hat geliebt, perfekt, ok, Boats, Boote gibt es und einen Goldbaum, nehme ich gleich mit, da nehme ich mir jetzt mal drei Boote mit, auch nicht nur da, ich werde schon wissen, was ist da, was ist, so geht die Dürrung nicht auf, ah, da kommt jetzt Wasser, das ist, ich weiß nicht, was das ist, das ist die Brauch, so, ich muss da mein Boote irgendwie nicht setzen, aber da geht es auch mal irgendwo hin, oh, 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 das ist ja ganz schlecht, meh, bin ich blöd, weil das war jetzt dumm, scheiße, so, jetzt haben wir jetzt eine Kiste gefunden, aber, äh, da geht es die Leute nicht mehr rauf, Level 5, nein, das schreibe es leider, das wollte ich da komplett nochmal rauf bringen, scheiße, ja, jetzt hätte es gar sogar geschafft, ne, so ein Mist, aber, naja, müssen wir es halt doch mal schnell wieder nochmal machen, jetzt vorher schauen, so, shit.